Hallo Freunde meines Kanals, heute geht es mal um das Thema Research und zwar hat sich hier was ganz ganz Großes getan, was es künftig kinderleicht machen wird, Research zu betreiben, Nischen zu analysieren und wirklich ganz tief in Nischen einzutauchen und alles genau zu analysieren. Meiner Meinung nach ist es eine echte Revolution für den Research-Markt. Wenn ihr wissen wollt, wovon ich spreche, dann bleibt dran. Ja, ich möchte gleich mal dazu sagen, ich habe eigentlich schon dieses Video aufgenommen, aber weil ich ehrlich gesagt so aufgeregt bin, habe ich da so einen Stuss geredet, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt warte ich mal ein, zwei Stunden, beruhige mich und nehme das Video nochmal auf. Also ich bin wirklich sowas von begeistert und wenn ich es euch gezeigt habe, werdet ihr wahrscheinlich auch verstehen, warum ich diese Begeisterung habe. Schauen wir mal, wie wir bisher Research betrieben haben. In der Regel, also klar, entweder hat man mal ein Merch-Report oder Merch-Informer oder sowas, Merch-Ninja reingeschaut, aber ja, der effektivste, weil halt einfach die akkuratesten Daten, der effektivste Weg war bisher immer über Research-Base oder im Produktor kann man ja auch auf Amazon suchen. Ich mache es jetzt einfach mal über Research-Base und dann hat man zum Beispiel eingeben, ich gebe jetzt mal extra eine kleine Nische ein, Bibliotheka und dann hat man hier, ja okay, kleine Nische, 1000 Ergebnisse. Dann hat man hier halt einfach so ein bisschen durchgeschaut und ja, hat halt die Ergebnisse gehabt. Mit dem Produktor kriegt man hier praktischerweise auch Statistiken angezeigt und kann hier dann die Keywords und so weiter sich rausholen. Man sieht auch, wie viele Produkte sich verkaufen. Das bezieht sich halt jetzt aber nur auf die Anzahl der Seiten, die man hier ausgewählt hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es allerdings leider so, wenn ich hier mehr als, ja ich sage mal, ab fünf Seiten, dann ist die Seite hier an sich, also Amazon, dann eigentlich kaum noch bedienbar. Deswegen, ja, habe ich es meistens auf zwei Seiten gestellt, jetzt zum Vorführen mal auf eine Seite. Und ja, dann hat man sich also durchgehangelt, dann vielleicht das ein oder andere Titel markiert und dann nochmal mit Rechtsklick gesucht und also hat man sich so halt vorgehangelt. Was halt immer total interessant ist, sind diese Daten hier, weil man hier wirklich sehr viel rauslesen kann, sofern man jetzt hier nicht gerade nur eine Seite analysieren lässt bei einer größeren Nische, sondern mindestens fünf Seiten, ja eigentlich besser fast schon zehn Seiten. So, wie kann man denn das jetzt machen? Flying Research. Ihr wisst, ich bin ein totaler Verfechter von den Flying-Produkten. Und mit Flying Research oder bei Flying Research ist denen jetzt ein richtiger, richtiger Clou gelungen. Und meiner Meinung nach ist das ein absoluter Game Changer in der Branche, was wirklich richtig, richtig viel Nutzen bringt und was uns wirklich sehr, sehr stark unterstützt beim Research und vor allen Dingen auch von der Geschwindigkeit. Und zwar haben wir ja bisher, wer Flying Research kennt, Bestseller gehabt, wenn man da jetzt nochmal Bibliotheka eingibt, Bibliotheka, das weiß ich schon gar nicht mehr, wie man das schreibt. Ich glaube, so schreibt man es. Genau, dann kriegt man hier eine bestimmte Anzahl an Designs angezeigt, aber weil es halt eine relativ kleine Nische ist, hat man hier jetzt nicht so die große Auswahl, weil alle diese Tools leben halt davon, dass sie sich die Produkte von Amazon saugen und dann in der eigenen Datenbank speichern und aufgrund dessen dann halt diese Analysen fahren. Also das ist bei allen, ob es jetzt Merch Ninja ist, ob es Merch Report, Merch Informer ist, ist immer der gleiche Weg bei Flying Research eben auch. Und mit dieser Datenbank fällt und steht halt so das ganze Konzept von diesen Research Seiten und bei kleineren Nischen kann es halt einfach ein bisschen problematisch sein. Das hat Flying Research erkannt und deswegen diese Real-Time Research eingebaut. So Freunde, jetzt wird es richtig spannend. Wir gehen hier wieder auf den deutschen Markt, gehen dann hier, geben wir da ein, Bibliotheka, Sorting haben wir hier auch Featured, also das ist quasi wie Amazon empfiehlt. Und jetzt fängt das Tool an, direkt sich live die Daten von Amazon zu saugen. Hier seht ihr, wie viele Produkte es gibt und hier seht ihr, wie viele Produkte Flying Research jetzt genau und diesen Moment live eben analysiert hat. Ihr seht auch, das geht verhältnismäßig schnell, also das ist wirklich fantastisch. Und hier, also er lädt erst einmal 48 standardmäßig und erst wenn man hier weiter runter scrollt, dann lädt er mehr. Das seht ihr dann schon, hier sagt er jetzt schon, please wait. Und da lädt er jetzt so nach und nach diese ganzen Designs quasi nach, die er findet. Und wenn man unendlich runter scrollen würde, halt letztlich dann alle. Okay, und was bringt uns das Ganze jetzt? Also zum einen können wir hier fast eigentlich Research betreiben, wie wenn wir direkt auf Amazon sind, nur halt deutlich schneller. Wir können jetzt hier auch, wenn wir sagen, gut, wir haben jetzt hier irgendwas, können wir mal auf Listview einstellen. und wir sagen jetzt zum Beispiel, ja, schauen wir mal irgendwie an Spruch finden. Ja, zwinge mich nicht Bücherei-Bibliothek H. Wenn uns das jetzt taugt und wir sagen, okay, das klingt ja spannend, dann könnten wir jetzt natürlich hier diesen Spruch oder ab hier rauskopieren und da dann entsprechend hier oben einfügen und wieder weitersuchen. Und so könnten wir uns immer tiefer, tiefer, tiefer in die Nische eingraben, bis wir halt was gefunden haben, wo wir sagen, okay, da ist die Konkurrenzsituation einfach nicht mehr so groß und es gibt halt Verkaufschancen. Jetzt ist es so, dass wir neben dieser Design-Anzeige eben auch noch Statistiken dazu haben. Wenn wir da mal draufgehen, dann lädt das kurz und dann seht ihr hier schon eine Analyse. Ihr seht auch, das aktualisiert sich in Echt-Time, also in Real-Time, in Echtzeit, so rum. Und wir haben jetzt hier 122 Produkte, die einen BSR haben, von derzeit 139. Gut, das verändert sich jetzt ein bisschen, aber es sind so ungefähr 80, 90 Prozent der Produkte, die sich verkaufen. Dann haben wir hier den besten BSR, liegt bei 24.000 und der durchschnittliche BSR liegt ebenso bei 1,3 Millionen. Hier sehen wir noch ein paar Informationen zu den Preisen. Der Durchschnittspreis liegt bei 18,37, also es ist eine Nische, wo die Preise relativ teuer sind. Der geringste Preis ist 13,94 und der höchste Preis 24,99. Also bei den Designs, die bisher halt analysiert worden sind. Hier können wir uns auch nochmal anschauen, wie sich die Sales verteilen. Also eins, was sich einmal im Monat verkauft, gibt es eben sieben. Was sich zweimal im Monat verkauft, gibt es 8,50 und so weiter und so fort. Das kann man sich hier angucken. Entsprechend auch mit dem BSR, also im Bereich von 0.000 bis 50.000, in dem BSR-Bereich gibt es jetzt 1. Dann im Bereich von 50.000 bis 100.000 ist nichts. Und im Bereich von 100.000 bis 500.000, da sind es dann doch 20 Produkte oder 20 Designs und so weiter. Also hier 500.000 bis 1.000.000. Und anhand dieser Daten kann man also ein bisschen einschätzen, ob in der Branche überhaupt was geht oder in der Nische meine ich. Dann im Review ist das gleiche, da kann ich sehen, wie viele Produkte Reviews haben. Dann beim Preis sehe ich auch, wie sich der Preis, ja, die Preisgestaltung darlegt. Also hier für 14 Euro gibt es drei Produkte, für 15 Euro sieben Produkte, für 16 Euro zwei und so weiter. Und da sehen wir schon, die meisten Produkte liegen hier bei 20 Euro, also wahrscheinlich dann 19,99. Dann haben wir hier auch nochmal Keywords, also Bücher, Geschenk und Bibliothek. Das sind so die häufigsten Keywords, die in dieser Nische verwendet werden. Und da sehen wir auch, wie diese sich verteilen, also die sind überwiegend in der Description, ein bisschen in Brands und in den Bullet Points. Da sehen wir halt auch nochmal, welche Keywords jetzt von den dreien sich wie verteilen. Dann haben wir hier auch nochmal, für was es angeboten wird, für Kinder, für Männer und für Frauen. Und Unisex, das wären dann, glaube ich, Hoodies, also Unisex. Hier sehen wir auch nochmal die Farben, welche Farben eben so angeboten werden. So, dann nochmal ganz spannend, die Listing-Keywords. Also das sind die Keywords sortiert nach der Häufigkeit der Verwendung. Ist klar, Bücher, Bibliothek, Bibliothekar, Lesen, Bücherwurm. Das sind halt so diese Wörter, die hier am meisten verwendet worden sind in dieser Nische. Die könnte man hier auch direkt in Zwischenablage kopieren. Dann haben wir hier, ganz spannend, die Amazon-Suggestions, also quasi diese Autovervollständigung von Amazon. So, und hier wird auch nochmal angezeigt, was denn so mit diesem Begriff letztlich alles gesucht wird. Also nicht alles, es wird keine vollständige Liste sein, also so das Wichtigste. Dann die Google-Autovervollständigung. Das gleiche nochmal in grün, bloß für Google. Und hier auch nochmal Google Trends. Also hier sehen wir die im Zusammenhang mit unserem Keyword, die, ja, ich sage einmal Longtail-Keywords, beziehungsweise andere Schreibweisen. Gut, hier Bibliothek, Bibliothekar und so weiter. Das könnt ihr euch ja mal selber angucken. Und damit kriegen wir eigentlich schon mal ein gutes Gefühl für die Nische. Da können wir uns auch mal ein bisschen, ich sage einmal, tiefer eingraben. Zumindest insofern, als dass wir sehen, wie diese Nische auf Amazon bedient wird. Das ist bei weitem aber noch nicht alles. Wir können jetzt nämlich auf Bestsellers gehen und hier nach Bibliothekar suchen. Und da werdet ihr sehen, hat sich die Datenbank nämlich jetzt automatisch aktualisiert. Und dementsprechend werden jetzt hier auch deutlich mehr Produkte angezeigt. Und wenn wir hier jetzt nämlich schauen, können wir nach BSR sortieren. Also da würden wir jetzt direkt sehen, was sich denn hier am besten verkauft. Und ja, klar, das Design ist natürlich schön. Sieht mir fast so aus, als wäre es von einer Marke. Aber keine Ahnung, hat vielleicht auch jemand einfach gut gemacht. Dann ist das hier das zweithäufigst verkaufte Design in der Nische und so weiter. Da könnt ihr euch mal ein bisschen so durchklicken. Ihr könnt natürlich, also auch hier bei der Realtime-Suche, machen wir das jetzt nochmal, geben nochmal Bibliothekar ein. Da könnt ihr euch jetzt zum Beispiel die einzelnen Designs als Favoriten setzen. Ihr könnt die Grafik als solches runterladen. Ihr könnt aber die Grafik, statt auf dem PC zu speichern, einfach nur in die Zwischenablage kopieren und dann irgendwo einfügen. Ihr könnt euch das Produkt direkt auf Amazon angucken. Und hier kriegt ihr auch nochmal weitere Informationen. Zum einen halt das Listing. Und zum anderen, falls es hier mehrere Daten geben würde, dann entsprechend auch nochmal eine History vom BSR. Aber weil es jetzt eine Live-Suche ist, deswegen gibt es jetzt da bei dem Design im Speziellen keine History. Dann haben wir hier auch nochmal so Daten zum, wie oft sich es verkauft, was der Preis ist. Hier kann man direkt sogar das Listing checken lassen. Das ist auch total cool. Sehen wir gleich, okay, welche Keywords können wir da eigentlich gar nicht verwenden. Hier können wir dann auch nochmal uns Details anzeigen lassen. Und hier sehen wir auch nochmal, ja, die Konkurrenzsituation. Und das habe ich eben hier bei Bestsellers auch, nur dass ich hier eben nach BSR noch sortieren kann zusätzlich. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich richtig genial finde. Wir können hier auf die Nischenanalyse gehen, dann hier wieder auf Deutschland stellen. Und wenn wir da als Bibliothekar eingeben und suchen, so, dann kriegen wir hier eine Bewertung der Nische. Und die ist, also diese Nischenanalyse ist extrem hilfreich. War halt immer so ein bisschen das Problem, dass kleinere Nischen nicht so ganz gut analysiert werden konnten, weil einfach zu wenig Daten vorhanden sind, wenn Flying vorhanden waren. Flying Research hat ja auch erst vor kurzem gestartet. Also letztes Jahr im, ich weiß gar nicht, Beta war letztes Jahr, nee, dieses Jahr, glaube ich, war Open Beta. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die eben noch nicht so lange gestartet und dementsprechend natürlich noch nicht so den großen Datenbestand, wie jetzt die anderen, die halt schon jahrelang auf dem Markt sind und schon natürlich einen Datenbestandvorsprung haben. Aber mit dieser Funktion, weil diese ganzen Daten, die in der Live Search gefunden werden, die werden natürlich weiter in der Datenbank verarbeitet. Aufgrund dessen können wir jetzt nämlich hier auch diese Nischenanalyse eben machen. Also auch bei kleinen Nischen gehen wir einfach auf Realtime Research, geben den Suchbegriff ein, also wenn es jetzt irgendwas Exotisches ist. Ich hatte zuvor mit dem vorherigen Video die Nische Ketogen, weil die relativ klein ist, ausgetestet. Deswegen habt ihr hier auch immer wieder mal Ketogen gesehen. Aber ich wollte jetzt die Nische nicht nehmen, weil da hat er natürlich jetzt schon Daten vorgeladen gehabt, weil ich es eben für das letzte Video euch eben anhand des Beispiels Ketogen gemacht habe. Aber ist ja egal. Jetzt haben wir die Nische Bibliothek H. Und hier sehen wir eben, der durchschnittliche BSR liegt hier bei 1,6 Millionen. Die besten drei liegen durchschnittlich bei 90.000 vom BSR, die besten zehn bei 195.000 und die Top 100 bei 1,2 Millionen. Dann sehen wir nochmal durchschnittlich, wie viele sich durchschnittlich verkauft, wie viele sich von den Top 3 durchschnittlich verkauft, Top 10 und so weiter. Die Bewertungen und wie viele Bewertungen es gibt. Dann, was auch total spannend ist, wie viele von diesen Produkten, die in der Datenbank sind, verkaufen sich denn gut. Also ich weiß jetzt nicht, Strong Sellers, wie die das genau definieren, aber das sind halt einfach Seller, die sich deutlich besser verkaufen als die restlichen Produkte. Dann sehen wir hier auch nochmal, wie viele Produkte in BSR haben, also sich verkauft haben, schon mal mindestens einmal. Das sind jetzt 60,68 Prozent und wie viele Designs bewertet sind, also Bewertungen halt einfach haben. Das ist jetzt in dem Fall hier 17,5 Prozent knapp. Hier haben wir auch nochmal, wie das Interesse, also wie das Suchvolumen und insgesamt so die Nische gerade ist. Also jetzt momentan ein bisschen im Abwärtstrend. Hier sehen wir auch im Mai was auch wieder ganz unten. Aber insgesamt ist hier Oktober so, ja Q4 kann man sagen, eigentlich das höchste Interesse gewesen. Gut, Q4 geht sowieso fast alles gut. Dann haben wir hier auch nochmal zum Seller-Rank nochmal, welche Kategorien quasi das Ganze noch rankt. Also in Fun-T-Shirts und Fun-Tops und wo ist denn da durchschnittlich die, also die Top 3, wo sie durchschnittlich ranken und so weiter. Dann haben wir hier, das ist auch wieder total spannend, das ist eigentlich das Gleiche oder das Ähnliche wie bei dem Real-Time-Research. Nur, dass hier halt alle Daten zusammenfließen, also die, die schon in der Datenbank waren und die, die live gefunden worden sind. Und hier sehen wir eben auch nochmal, wie sich die Sales verteilen. Also ihr seht es ja schon, 28 pro Monat verkauft sich jetzt eins von den Designs und so weiter. Das seht ihr halt hier drei. Also am meisten werden die Designs, die sich verkaufen, zweimal verkauft und zwar sind es 60 Designs, zweimal im Monat. Das sind halt alles Schätzwerte. Ist klar, weil das keiner genau weiß, außer natürlich Amazon. Dann haben wir hier auch nochmal, wie sich eben die BSR verteilt. Das habe ich euch vorhin ja auch schon mal erklärt. Dann hier auch nochmal mit den Reviews. Und hier auch nochmal, wie sich der Preis eben verteilt. Da sehen wir schon jetzt, ist ein bisschen eine andere Verteilung, weil halt hier nochmal mehr Daten sind. Wir hatten vorhin 141, da sind es jetzt schon 206, weil natürlich Flying Research auch schon andere Daten automatisiert analysiert hat. Aber da sehen wir eben, ein großer Teil bewegt sich bei 15 Euro und ein recht großer Teil bei 18 Euro. Und bei 20 Euro ist eben, sag ich mal, ja, auch nicht ein unerheblicher Teil. Hier haben wir dann auch nochmal die MBA-Keywords, die verwendet worden sind. Dann haben wir hier nochmal die Bestseller aus der Nische. Also da kann man auch durchscrollen. Und einfach nochmal schauen. Und hier, da kann man auch nochmal vergleichen. Also hier werden jetzt die ersten drei miteinander verglichen. Die könnte man jetzt auch austauschen. Und hier sieht man eben, wie sich diese drei Designs letztlich zueinander verhalten. Und hier sieht man nochmal die Statistiken, also wie sie sich verkaufen, wie der BSR ist, der Bestseller-Rank, also wo sie quasi ranken, so rum. Und auf welchem Platz dann letztlich. Der Preis, vielleicht auch mal ganz spannend. Und die Fokus-Keywords. Und hier sehen wir auch nochmal genau die Keywords im Vergleich. Hier zum Beispiel Schriftsteller wurde da zweimal verwendet, hier zweimal verwendet, in dem Design gar nicht. Dann Leser wurde hier zweimal verwendet, da zweimal und da auch zweimal. Und so, also man könnte hier auf Seite 2 dann auch nochmal die weiteren Keywords sich anzeigen lassen. Also da kann man wirklich extrem tief in die Nischen reingehen und in die Designs reingehen. Und könnte man sich ja fast schon verlieren. Genau, also ich finde, das ist das Genialste, was uns passieren konnte. Das Flying Research, das ist nicht umsonst, das ist aber auch gar nicht so teuer. Ich weiß gerade gar nicht auswendig, ich glaube 25 Euro oder 30 Euro oder so. Ihr könnt einen Rabattcode, wenn ihr über meinen Link in der Videobeschreibung reingeht, da steht dann auch unter dem Video eben in der Beschreibung nochmal mein Rabattcode drinnen. Da bekommt ihr dann auch nochmal zusätzlich Rabatt und ich bekomme eine Provision, also unterstützt ihr mich auch ein bisschen. Ansonsten möchte ich euch auch noch sagen, und das ist mir ganz wichtig, geht aber nicht nur von den Designs und vom Research immer nach Amazon. Sondern schaut auch ein bisschen links und rechts an Amazon vorbei. Was ich immer gerne mache, ist, dass ich auf Google gehe und dann zum Beispiel eingebe, Bibliothekashirt, jetzt in dem Beispiel. Und dann kann man hier auf Shopping gehen zum Beispiel und dann sieht man auch schon, bekommt man auch schon Ergebnisse. Ich gehe allerdings immer auf Bilder und dann schaue ich mir halt so die Bilder mal durch. Und das mache ich immer, nachdem ich mir so den Amazon-Markt angeguckt habe. Und dann kriegt man eigentlich ein recht gutes Auge, was für eine Art von Design so auf Amazon da sind, weil das ist halt oft ein Einheitsbrei. Und hier kriegt man dann ganz oft einmal Impulse, dass ein Design ganz anders aufgemacht ist. Also wenn man das dann ein bisschen so kombiniert, eine Aufmachung von hier und mit einem Spruch von Amazon, dann kann man da halt wirklich gute Seller kreieren. Und man hat halt nicht die tausendste Kopie von einer Kopie, weil das schadet uns allen. Also wenn man ständig nur kopiert, dann ist halt das Problem, dass die Nischen überfüllt werden. Wirklich gute Designs halt schwieriger sind zu platzieren. Also sofern man jetzt nicht einen Werbeaccount hat, was halt die meisten von uns nicht haben werden. Also wir graben uns da ehrlich gesagt selber das Wasser ab. Deswegen hört oder macht keine Kopien, sondern kreiert was Eigenes. Also es kann ja ein gleicher Spruch sein oder ein ähnlicher Spruch, aber einfach eine ganz andere Aufmachung. Das macht dann schon wirklich viel, viel aus und ist für den Kunden besser, weil er einfach ein bisschen Abwechslung sieht, ist für Amazon besser, weil halt der Marktplatz nicht so zugemüllt ist. Also die werden aber kurz oder lang, werden sie dagegen was tun müssen. Und so ist es eigentlich für uns alle eine bessere Situation, wenn wir eben nicht ständig kopieren, sondern wirklich eigene Kreationen machen. Gut, vergesst nicht mein Video von gestern. Da ging es um meine Designs und zwar um die Designs, die sich verkauft haben. Da habe ich euch zum einen meine aktuellen, in Anführungszeichen, Bestseller gezeigt. Und zwar jetzt nicht das Design an sich, aber die Verkaufsstatistiken dazu. Und ich habe auch ein paar Worte zur Nische und so weiter gesagt. Und zusätzlich zu Designs, die sich in der Vergangenheit ein paar Mal verkauft haben. Und diese Designs zeige ich auch. Also dass einfach mal man ein Gefühl dafür bekommt, wie muss ein Design, das sich verkauft, aussehen. Also ich habe mir das, ja muss ich sagen, als ich mit dem T-Shirt-Business gestartet bin, auch gewünscht, dass man einfach mal sieht, was verkauft sich denn überhaupt. Also da ging es mir gar nicht darum, dass ich irgendwas nachmache, aber dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was sich verkauft und welche Richtung das geht. Also ich habe da ganz, ganz unterschiedliche Designs. Also könnt ihr echt mal reinschauen. Das Video, denke ich, dürfte für viele spannend sein. Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch übrig, euch einen schönen Tag zu wünschen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Video.